Willkommen zu Star Fox The Zone, mein erstes Mal Star Fox The Zone. The Coronary of Cleansburg is broken through our front lines. They're everywhere. Think you're tough, eh? In that case, it's secret weapon time. Stealth Squadron, open fire! Stinking ape! We underestimated the strength of his reserves. Detecting gate transmission outside the combat sector. Great Fox? Command, the Star Fox team! Team Star Fox, ready for duty. Ah, leave these losers to the pros! We'll beat them in no time! We can't give up now! 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 Okay, go! Let's go! Let's go! Everybody come from here! I don't know if friendly fire! Don't hold back! Und ich hoffe, dass hier das Gegner ist, oder? Wenn ich hier gerade schieße. A und R-Taste. Ah, okay. Ach, das hier ist Bremsen. Die A-Taste. 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 zum beispiel grundsätzlich heiße weiß noch nicht wie ich den hier vernünftig aus eher ein paar weniger schüsse geben und dann rechtzeitig wegkommen würde ich sagen hände und gesicht ja immer wieder ne die silberriege geben energie wow ok ich muss danach links ausweichen das ist alles was du hast da da hier da hier 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 Dodge, Fox! Fox, setz dich und Ame. Ein bisschen mehr. Keep it up, Fox! Fox, Ame für den Laser Cannon! Ja, mach ich gleich, äh, Matze, nach dem Boss. Jetzt nicht die Schwachstelle. Geht's, äh, wenn du ihn schiefst, äh, wenn du ihn schiefst, äh, wenn du ihn schiefst, äh, wenn du ihn schiefst. Wie ist er? Es ist ein Riesen. All right, du hast ihn verletzt. Geht's, äh, wenn du ihn schiefst. W-What is that thing? Do not resist, you have been warned. Looks like Pygma's already gone. Who or what are you? We will answer. We are the ultimate existence. You cannot resist us. You will join us. We're not buying that garbage. He can hear us, but he's not listening. Fox, the core memory that Pygma stole must be inside that thing. Okay, everyone. Attack! Okay. Ja, ich gehe jetzt noch nicht davon aus, dass ich es in nächster Zeit mastern werde. Also, ich werde es jetzt einfach für das Event, für den Beat-Status halt einmal durchspielen. Und dann gucken wir, was das Mastern angeht noch. Immer erst in die Mitte. Wenn er mich nicht anserbt. Ja, genau. Und deswegen konnte ich mir jetzt nicht verschnappen. Ah, okay, ich habe volles Life. Das ist doch fast voll. Naja. Zwei Drittel voll. Okay, ich gehe jetzt noch nicht draufspielen. Ist doch nicht so, Fox. Ich sentiere eine substanzjar Policy. Oh, ich habe es nicht zu dir. Okay, ich darf nicht von seinem Strahl getroffen werden. Ja, da geht's, es funktioniert. Avoid the missiles and wait for your chance. Yes, baby! You gotta be kidding! What? What's going on? The energy's forming a shield! Laser fire's gonna be useless! Dang it! Out of the way, everybody! Pepe? Extreme impairment, main hole will not survive more damage. Who cares? Divert all energy to the main guns! Fire! Damage capacity exceeded. Too bad. We're going out instead. Pepe! You can't die! Back off all of you! Pepe! You mustn't. Yes, this is my duty. And now you must fulfill your duty as well, Fox. Pepe! Don't do it, Pepe! What are you doing, crazy old fool? Der will doch einfach nur sterben, ne? What are you fools doing? That shield will be your way back! Go! Get out of here! Enough! Pepe's opened a road for us. We've got to go! We've got to move on! Without him! So come on! Come on! Let's move! We've got to move on! Falco! We've got uninvited guests following us! What? Wolf! I'm surprised you fools have managed to get this far! What was that? Don't worry, Crystal. I'll protect you from here on in. Falco! So, seven ships in all! Well, I guess that's better than four! I guess you survived, huh? Just apparently. Let's do this! Right! Gotta do whatever it takes to reach the Queen! Ah, man! Slider in here, direct rein! You think we're just gonna sit here for watching for her? I'll just go on, do the best you can. How did you do that? You think we're not going to be no-one? No, you're not going to be no-one? I'm not going to be so-one. Ja, einen Fall will ich ihm jetzt geben, wenigstens als Nichtig für Finale. Okay. War da schon ein paar Mal und deutlich angenehmeres Arbeitsschema, das ist auch cool. Aber dann, du hast doch diese, wie sagst du, diese süße Kollegin, mit der kannst du nicht mehr zusammenarbeiten, was? Diese Punks just won't give up. Das ist ein paar Mal. 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 Leon, schau nicht nach mir vor mir. Du bist nicht so schön, dass du nicht weibst. Jetzt habe ich auch wesentlich mehr Energie. Komischen Digga. Kann ich die hier nicht zerstören? Weiß es jemanden. Hey Dover, wie geht es dir? Das muss ich. Gute und schlechte Nachrichten. Mach dieses Pflaster. Zuerst mal das Böse ab. Und dann kommt die Erleichterung durchs Gute. Und was ist die gute Nachricht? Wir haben ja eben viel zu viel Zeit gelassen damit, die ganze Zeit auf Stellen die Arme runterzuschließen. Aber ist das so viel effektive Einfachung? Und das heißt, von dem Geld, das du auf dem Prümer verdient hast, das du auf dem Prümer verdient hast, wenn du den Fakt einnimmst, willst du dir ein neues Handy holen? By the way, ich habe mir mal was angeschaut zu den Infos, die Twitch auf der Twitchcon rausgehauen hat. Die Handy-App soll jetzt wohl tatsächlich verbessert werden. Und da sind so ein paar Sachen bei, die zumindest mal gar nicht mal so schlecht liegen. Ja. Beispielsweise soll auch dieser Du-Folgst-Button verschwinden. Dass du irgendeinen Random-Stream am Anfang angezeigt bekommst auf der App soll wohl bleiben leider. Aber dass du, statt auf diesen Button zu klicken, kannst du einfach nach rechts wischen dann. Und dir werden die Kanäle angezeigt, denen du folgst. Klippen und sowas soll einfacher gemacht werden in der App. Und, äh, ja. Irgendwie soll es auch Bild-in-Bild-Funktion geben. Also, klang ganz interessant für Handy-Nutzer. Ich nutze halt selten am Handy, deswegen ist es mir relativ verloren. Klippen soll überhaupt mal funktionieren, ja. Geht das am Handy nicht? Immer noch nicht, aber... Es muss ein wenig Aufmerksamkeit haben. Die Queen ist die Reaktion. Schau mal auf den Mund. Einmal kommt raus. Oh mein Gott, es geht wieder. Ich glaube, 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 es geht wieder. Das ist die Zaun. Das ist die Zaun. Und da seine Feitsche raus. Das ist die Zaun. Das ist die Zaun. Falco ist down Hier kann ich ihn nicht treffen Na klar, dass da noch eine Phase kommt Liga Uh oh Yes, baby Ja, Hans Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017